Du sagst es. Und da sind wir wieder zurück zu The Crooked Man. Ich möchte gleich in 5 Minuten... Ja, können wir? Den Beilauf. Haben wir doch schon mal. Dann kommt ja auch eher Macarena. Äh, Macarena. Ja, gestern lief das im Radio und äh... Hat genau ausgemacht. Bevor sie angefangen haben zu singen. Klar. Hier, nimm das! Hä? Ich hatte schon noch ein bisschen, aber... Ist ein Energy Drink. Du trinkst raus. Was? Wirklich? Du brauchst es nicht? Ähm... Du brauchst es nicht. Ich sagte, du sollst mich in Ruhe lassen. Trink das! Nein. Du siehst wirklich aus, als würdest du was zu essen und zu trinken. Ich will nur nett sein. Nimmst du... Nimmst du es an, ja? Ich hätte es jetzt anders übersetzt, aber ja. Okay, danke. Komm. Das ist alles von einem Typen, der mich beleidigte. Gut umgangen. Vielleicht weil du auch wie scheiße aussiehst. Das war... Das war jetzt nicht ernst gemeint. Ich habe es nur übersetzt. Ähm... Ach komm, ich bin nicht so herzlos. Was? Ich will versuch... Ich versuch nur... Laura? 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 Laura ist der... Ach so. Ich will versuch ein Anwalt zu sein. Werden. Welches ist das Schicksal? Ähm... Weißt du was? Ähm... Ähm... Weißt du was? Ähm... Ähm... Das ging... Ähm... Das ist aber ein schneller Wechsel. Ähm... Der Pinguin wehrt sich immer noch. Ja. Ja. Ach. Na Quuk, bringst du die jetzt noch um? Bitte. So wie ähm... Susi... Sissi. Genau. Sissi hieß sie. Hast du irgendjemanden hier gesehen? Vielleicht einen Mann in meinem Alter? Ähm... Nope. Niemanden. Hast du aber... Ist er wo du nachse... Ja, es wäre besser wenn du den gesehen hättest. Hitsch? No. Genau. Mit Glasbo. Nja. Ich will gleich noch speichern. Wahrscheinlich kommt nämlich wieder am Ende des Kapitels ein Kampf. Ähm... Kannst du dich auch etwas fragen? Professor Ando. Ähm... Er hat mir viel gehoffen. Sein Raum ist auf dem dritten Stockwerk. Aber es ist mit einer Nummer... Aber es ist verschlossen und mit einer Nummer gesichert. 1 4 4... Ichi... Yon... Yon... Ni... Ich kann mir sowas nicht merken. Ich muss mir aber auch schnuppeln. Yon... Yon... Ichi... Die hat ein Messer dabei. Hm... Vielleicht ist das auch nicht so schlimm wie ich dachte. Gott der Energy Drink. Wir speichern jetzt gerade. Erst einmal. Weil ich keinen Bock habe zu sterben. Gesundheit mal wieder. Trinken den Energy Drink. Hör doch. Hör doch. Wollen wir den überhaupt jetzt schon trinken? Wir sehen... Nimm 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 n 6-Digit-Pin also 4 4 4 6 2 6 Code must be wrong Du weißt doch wie es geht Notruf! Ich krieg auch immer aus zu sehen auf Notrufe Mach bitte! Ey! Ach ja, ich vergiss Dann warte wirklich! Warte nicht! Au! 1 4 4 6 2 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 Also doch fängt es mit 1 an wie ich sagte Ich sagte ja es fängt mit 1 an 1 4 4 2 4 6 3 4 4 4 5 5 6 3 4 4 4 4 4 6 Boah! Und ich sagte mit 1 fängt es an! Und ich dachte mit 1 fängt es an! Jawohl! Aber Abort Sieht aus wie ein Tagebuch. Endlich fertig mit den Abschlüssen. Ich habe ihn so viel gelehrt, aber er hat nichts verstanden. Er hängt hinter allen her. Und er ist so daran bemüht, ein, ich will mal Autor sagen, Anwalt zu werden. Eine Spitzname, die steht für Dreamer, also Träumer. Ah, das ist About D. Ja, das ist schön gemerkt. Also es wurde in dem Tagebuch schlecht über D geschrieben, dass er lieber seine Träume aufgeben sollte, weil er es einfach nicht schaffen würde. Und D würde sehr geschockt sein, wenn er das lesen würde. Wir haben eine Seite von Andrews Diary. Ich habe letztens eins gegessen. Das war so gut. Das war die Rippchen. Nee, die waren nicht so lecker. Die waren lecker. Du hast nur mit der Schlechten erwischt. Ich habe irgendwie immer die Schlechten erwischt. Bist du mal das falsch geschnitten? Ich habe mir gesagt, am Knochen. Nein, das hast du nicht gemacht. Wie kam das Monster hier heraus? Warum fragst du mich das, David? Ich muss jetzt die suchen. Kein die da. Die da. Es ist die da, die da, die da, die da. Nein, der hat ja so immer noch. Er hat jetzt den Kopf. Das Monster läuft hier immer noch herum. Da guckt man und sucht wahrscheinlich nach mir. Seitdem es mir nicht geschafft wird, mich umzubringen. Sure? Have you read that? Okay. I thought you had to read a minute. Read a minute. Tolles Englisch. Ich weiß. So. Hilfe. Hilfe, ich kann keine Read'n. Ich muss die dazu bringen, hier die Schule zu verlassen. Ist zu gefährlich hier. Ich muss nach ihm suchen. Du bist leid. Geh mir mal rum. Ich glaube, der ist im Fernsehen. Ja. Die. Wo bist du? Die, du Arschloch. Wir gucken erst mal rum und wenn nicht, dann gehen wir halt noch mal in den dritten Stock. Vielleicht hat, äh, warte. Vielleicht hat Crooked, ähm, die schon gefunden. Ich will das Leuchtding da haben. Hallo. Meine Hände kleben. Man merkt überhaupt nicht, dass mir zu warm ist. Und ich muss meine Haare unbedingt gleich zusammenbinden. Was ich immer noch nicht seit ein paar Folgen gemacht habe jetzt. Mach's weg. Das war aber, fühlt sich aber nicht nur wie ein Fussel an. Ja, gut. Meine Haare, wenn man die anfasst, merkt man auch, dass es mir zu warm ist. Ja, wie es scheint, hat er die schon gefunden. Die, wir kommen, um dir zu helfen. Achso, wir haben da nicht nachgeguckt. Hier kann man ja auch nachgucken. Nein, ist auch kein Die. Da kommen wir nicht rein. Auch kein Die. Auge juckt. Ich erinnere nur. Ah, scheiße, ich bin gespeckt. Genau. Ist immer scheiße. Entschuldigung, ich hasse dieses Lied. Ich will das Lied auch. Ja. Ach, stand. Ich hasse dieses Lied wirklich. Ich auch. Was ist denn hier im Gucken? Äh. In welchem Zimmer bist du jetzt? Eben nicht. Also dem letzten bist du. Auch nicht. Ach, ich bin im... Ähm, du darfst dich bewegen. Da muss ich wieder kommen. Hallo, David. 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 David, beweg dich. Oder ich gehlte dich. Ich komm dir in den Bildschirm. Meine Carlos. Hallo. Hallo. Ach, Mann. David. Muss ich wieder... Ha. Ich hab ihn. Nein, ich nicht. Das ist das einzige... Ah, schon die Drohung. Wo bist du denn? Ich bin in der dritten Etage. Was willst du von mir? Ich muss die finden. I don't know it. I don't know it. I don't know it. Vielleicht kriege ich ja jetzt den Pinn hin. Hot set. Monster get out of here. Ach, ich muss wahrscheinlich jetzt rausfinden, wie ich das Monster hier wegkriege. Ach so, nein. Das ist der verschlossene Raum. Ha. Ich hab's verstanden, David. Das ist der verschlossene Raum, wo wir das Monster reingesperrt haben. Er fragt sich, hä, wie kam es denn hier raus? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hab's verstanden. Es ist noch nicht schwer, ein Pentagramm zu zeichnen. Don't walk David, äh D, wo bist du? Schön, dass du's weißt Oh man, no Meine erste Stimme Nein Sibling ist dann, kann er gar nicht Ja 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 Was? Okay. Wir beenden aber jetzt erst mal... Scheiße! Ich hasse dich! So. Wir beenden jetzt erst mal die Folge mit der Maus. Hallo. Na, David, wir puppeln mal. Hey. Und auf Wiedersehen. Bye-bye. Das ist ja kleiner.